Hallo Kinder, hört ihr das? Das sind die Garten. Die machen ein lautes Konzert. Schaut mal, die sind hier am Baum und vielleicht erkennt ihr die. Das sind drei Stück und die machen einen heidenlärm. Manchmal klingt das aber auch wirklich wie Musik, aber irgendwie gruselig auch. Am besten ich gehe weiter. Das war direkt an einer Straße in Avignon, an einem Baum. Drei Zikaten waren das. Na gut, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Fuchs. Drei Zikaten waren das, bis zum nächsten Mal. Drei Zikaten waren das, bis zum nächsten Mal.